hallo guten tag mein name ist axel wieder ich arbeite in bergen an der kunsthall und ich bin ja auch zurzeit in bergen wir wissen und stillinger auf internationale kunstnere und unter normale umständlich hätte habe ich jetzt wert aktiv programm mit arrangementer und vermittlungsaktivitäten für publikum in bergen mit auch so vor kunst und kulturfelte die helenorge auch internationalt für mich als jemand der im kulturbetrieb arbeitet sind zeitschriften magazine eine wirklich wichtige ressource es ist eine art von materiellem diskurs behälter oder medium mit um mit diskursen in verbindung zu bleiben und sich zu informieren neben meiner arbeit hier in der kunsthalle bin ja immer noch mitarbeiter oder mit inhaber einer buchhandlung in berlin pro quadratmeter und für unseren zeitschriften auch immer eine wahnsinnig wichtige rolle gespielt in dem sinne dass sie physische repräsentanten von auseinandersetzungen waren und damit eben auch nicht nur eindimensionales publizieren sondern auch eingeladen haben an was teilzuhaben und auf was zu reagieren und ich habe heute vorgeschlagen den merkur vorzustellen oder eine ein text aus der zeitschrift merkur merkur geht schon sehr lange ist 1947 gegründet worden als zeitschrift für das europäische denken und es ist eine kulturzeitschrift im weitesten sinne also von philosophie zu politik bis hin zu ästhetischen texten und toll am merkur ist dass er sich auf das essay format fokussiert mit texten die zum teil fast literarische qualität haben und eine andere tolle eigenschaft für merkur ist dass es die zeitschrift eben schon sehr lange gibt und damit auch der ganze die herangehensweise sehr sachlich ist und auch das layout sieht aus wie eine zeitschrift die es schon lange gibt was heutzutage so im magazin sortiment wirklich war fast schon erfrischend wirkt den artikel den ich ausgesucht habe der stammt von franziska davis und ekaterina makotina 75 jahre kriegsende lehrstellen deutungskämpfe und die rolle des antifaschismus im europäischen gedenken der text ist teil eines themenschwerpunkts zu erinnerungskultur oder zu unserem umgang mit geschichte heute und beschäftigt sich mit den lehrstellen der erinnerungspolitik in deutschland die beiden autorinnen sind beide geschichtswissenschaftlerinnen und arbeiten an den universitäten in münchen und bonn und der text beschäftigt sich ganz spezifisch mit der lehrstelle der erinnerungspolitik in bezug auf opfer in ost mitteleuropa auf massenhinrichtungen und das brutale vorgehen von nationalsozialistischen dem militär vor allem gegen die zivilbevölkerung auch außerhalb von tötungs lagern und in einer diskurs analytischen untersuchung beschäftigen sich die autorinnen damit mit den fragen wie es dazu kommt und beleuchten darin auf sehr interessante art und weise antikommunistische kontinuitäten dies in westdeutschland eben auch bis in die bundesrepublik hinein gibt und beleuchten damit auch die immer noch existierende gleichsetzung zwischen faschistischen gräueltaten und dem kommunismus ich fand den artikel sehr interessant und spannend und kann nur empfehlen sich anzuschauen im merkur wie gesagt der ausgabe 858 im 74 jahrgang erschienen im november 2020 90